Was geht ab und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir und in diesem Video habe ich mal wieder etwas Neues für euch, denn ich habe mich mal richtig in die Tiefen des Internets begeben und etwas Neues für Fortnite gefunden. Das Ganze ist ein Konzept, muss ich von vornherein sagen, also diese Waffe gibt es noch nicht in Fortnite, aber ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, wenn die so in das Spiel mit reinkommt. Und ich denke einfach mal, dass es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass Epic Games sowas auch in die Spiele mit reinbringen kann, denn es ist keine große Herausforderung. Aber für die Leute, die noch gar nicht gecheckt haben, worum es geht, Leute, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Ansonsten lasst gerne jetzt schon mal ein Like, dann natürlich auch ein Abo, da lassen die Glocke kaktieren und meinen Creator-Code Meta-8 im Gegenstandshop eingeben. Dann würde ich sagen, fangen wir eigentlich mal direkt an mit dem eigentlichen Video. Viel Spaß! Ja Leute, ihr habt es wahrscheinlich schon am Titel gesehen oder am Thumbnail. Es soll nämlich um eine Bazooka gehen in Fortnite. So eine ähnliche Bazooka haben wir ja schon und zwar die Bandage-Bazooka. Die Bandage-Bazooka oder die Bandagen-Bazooka ist ja dafür da, dass wenn euer Kollege verwundet ist, ihr diese Kanone habt, dass ihr den euren Kollegen anschießen könnt und der dann sozusagen wieder sein Leben bekommt und wieder geheilt wird. Das ist eigentlich ganz cool, was ich erst vor kurzem erfahren habe. Das Ganze lädt sich sogar wieder auf die Bazooka und dann habt ihr nach, ich glaube, einer Minute oder einer halben Minute wieder die Möglichkeit, noch einmal zu schießen. Das finde ich absolut geil und deswegen feiere ich sie auf jeden Fall auch. Ist schon ein bisschen schade, dass sie zwei Plätze einnimmt, aber nichtsdestotrotz ist das auf jeden Fall eine Hammerwaffe. Und viele von euch haben jetzt wahrscheinlich im Thumbnail gesehen, dass das Ganze ein bisschen anders aussieht, die Bazooka. Und ich habe mich einfach mal ein bisschen in die Tiefe des Internets begeben und ein bisschen gesucht, ein bisschen Sachen gesucht, ein paar Konzepte angeguckt und dabei ist mir diese Kanone ins Auge gestochen. Und ich dachte mir einfach mal, warum nicht darüber mal ein Video machen und nach eurer Meinung fragen, denn ihr spielt ja auch hauptsächlich Fortnite, ansonsten würdet ihr diese Videos hier nicht gucken. Das neue Item, also in Fragezeichen, das neue Item nennt sich dann auch, nennt sich dann wahrscheinlich auch irgendwas mit Slurp-Bazooka oder ja, irgendwie so Jug-Chuck-Bazooka, würde ich sehr interessant finden. Und diese Bazooka ist dafür da, wenn euer Kollege sozusagen 100 Leben hat. Er hat 100 Leben, ist mit euch, hat aber kein Schild. Dann könnt ihr diese Kanone nehmen und auf euren Kollegen schießen, damit er Schild bekommt. Das Ganze ist dann wahrscheinlich wie bei der Bandage-Bazooka oder sie bekommt einfach, oder wenn man pro Schuss, kriegt man dann 15 Leben dazu oder 25, dafür hat man weniger Schuss oder irgendwie sowas, würde ich sehr, sehr interessant finden. Ich würde es auch interessant finden, wenn man mit dieser Bazooka sozusagen euren Kollegen anschießen könnt, der aber nur maximal bis 75 Schild sozusagen aufgeladen werden kann und danach nicht mehr. Das würde ich sehr interessant finden, ich würde es absolut feiern und deswegen dachte ich mir einfach mal, ich finde das Konzept gar nicht mal so schlecht von dem Le Brawler. Der hat seinen Ad-Zeichen sozusagen, seinen Tag auch mit auf die Bazooka raufgeschrieben, was ich absolut cool finde. Denn ich meine, es ist seine Idee gewesen und deswegen muss man auch mal ein bisschen Props und ja, sowas auf jeden Fall auch mal verteilen. Ich finde die Idee richtig, richtig geil und ich bin jetzt schon ein Fan und ich hoffe, dass Epic Games das Ganze auch sieht und dann auch mit in das Game reinpackt. Eure Meinung ist natürlich auch gefragt, was würdet ihr sagen, Leute? Würdet ihr so eine Bazooka feiern oder sagt ihr, ah ne, finde ich jetzt nicht so geil, also muss jetzt echt nicht sein, würde ich dann doch lieber lassen. Stellt euch mal die Kombination vor, du mit dieser Bandage-Bazooka und dein Kollege mit der Chuck-Bazooka und ihr seid einfach unsterblich gefühlt. Stelle ich mir absolut OP vor in Turnieren oder so, aber wie gesagt, eure Meinung ist gefragt, schreibt sie unten rein. Bis dahin würde ich sagen, lasst gerne ein Like, dann hatte ich auch ein Abo da lassen, die Glocke aktualien und meinen Creator-Code Meta-8 im Gegensatz-Shop natürlich eingeben, um mich kostenlos zu supporten. Dann sehen wir uns im nächsten Video, ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.